Oder mir schenkt einer einfach so einen australischen Nutzwagen. Das sind ja diese Pickups. Da gibt es ja eine Marke, ich weiß nicht, wie die heißt. Die stellt Pickups her. Alter, die fahren so schnell. Die fahren so verkackt. Krass schnell, ne? Die fahren, die haben irgendwie 400 PS, 500 PS oder so. Aber die ziehen natürlich dann wieder Geld, das so geht nicht mehr. Naja, muss man mal gucken. Vor allem kostet der VW in der Anschaffung zwar, aber nicht im Unterhalt so viel. Zumindest nicht. Also versicherungstechnisch und benzinmäßig und so. Der verbraucht ja keine 200 Liter auf 5 Kilometer. 5 Sekunden vorne. So. Oh cool, da ist das Rennen. Look at this. Guck mal, da gibt es auch Mercedes. Hä, hab ich da gerade wirklich Mercedes gesehen? What the fuck? Die haben doch Mercedes? Also das mit der Zeit und den Fehlern, das seh ich nicht so ganz ein. Können wir mal so fahren. So ein bisschen Feeling kriegt. Agatha, Feeling. Ja, das Feeling ist ja ganz toll. Klingt jetzt so früh. Wie ungenau der Rückspiegel ist. So kann ich damit einfach besser fahren. Ich glaube, wenn man selber so fährt, dann ist das auch wieder was anderes. Also, auf Erde bin ich noch nie mit Maulung gefallen. Oh, 5 Sekunden bin ich vorne. What the fuck? Was geht denn bei mir, ey? Hey. Den nimmt er nicht. Zwei Sekunden immer nach vorne. Da könnte er zerhaarig werden. Eine Sekunde bin ich nach vorne. Ich bin rückwärts gefahren, Alter. Was ist denn mit denen falsch gelaufen? Das war genauso geplant. Geil, das ist nicht so weit. Das war nicht so geplant. Voll gut, ey. Ich habe da drüber hinweggeschwebt. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Nein. Nein. Fuck. Wodurch habe ich denn jetzt so viel Zeit verloren? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dann, nee, nee. Dann, aber schön nochmal. Das tut mir ganz leid, ne? Wir haben am Anfang zu viel Zeit verloren durch die Kackfahrerei. Ich habe so ekliges Zahnsch... Nicht Zahnschmerzen, sondern Zahnfleischschmerzen. So als wenn das Wund wäre. An einer Stelle. Aber ist es nicht. Aber ich habe halt sowieso Profilaxe. Nein, keine Fische, die erfolgreich in ihrem Beruf sind. Das wäre ein witziger Witz, ja, yeah. Not. Komm, warum dreht sich das eine Windrad und die anderen nicht? Alter, 12 Sekunden, was ist los bei mir? Was ist denn los mit mir? Was denn? Was denn? Was denn los mit mir? Was ist denn? 14 Sekunden vorne? Da kann doch irgendwas nur falsch sein, oder? Da muss doch irgendetwas falsch sein. Diesmal fahre ich hier lang, weil ich glaube, das hat mir gerade voll die Zeit gekostet. Meint ihr, wir kriegen 20 Sekunden vor... Dingens hin? Ich habe wirklich 20 Sekunden hingekriegt. In Zeit. Top Zeit. 20 Sekunden. Das ist schneller, Alter. Oh, Junge, ey. Ist das geil. Mein T-1 sieht so geil aus. Äh, äh, äh. Was? Du bist wie ein Anfänger gefahren. Hey, hör auf, ich du beleidige, Idiot! Sieht so aus, als ob die Wilder-Brüder nicht in Feierlaune sind. Aber zurück zum großen Gewinner des Tages. Die Wilder-Brüder kochen vor Wut. Unser neuer Herausforderer hat die Meisterschaft für sich entschieden. Unsere besten Glückwünsche. Ja. Ja. Wir haben zwei Wackery gefunden. Wer hat's gedacht? Ähm. So. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 137.000. Ah, sechs. Immobilien. Comfortu. Max. Voll. Austauschen. Kostet alles so viel. Für uns sind es vier Plätze, das heißt, das bringt mir nix. Ja. 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 Einfach, dass du nix bist. So, Cliff verlassen. Aber die Immobilienagentur kratzt mich nicht. Was brauche ich denn eigentlich so für Autos? Was brauche ich denn eigentlich so für Autos? Lass mal hier hingehen. A7. A7. A7 brauche ich doch gar nicht. Hm. Ah. Und. Hä? A6 brauche ich. Da waren wir da drin, ne? Oh, Alter, da wegt das so ein bisschen auf. Was heißt da? Autoschen, du. A7. 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 Habe ich vielleicht ein A6? Habe ich mal Escape. Ja, zwei Autos. Ja, das ist ja super. Aktuelles Fahrzeug. Gehen wir doch mal erstmal nach Hause, ja? A4 ist das. Was ist um die? Kein A6. Das heißt, ich muss mir da oben einen A6 holen. Hing gehen. ja so was wirst du ein a5 war das war ja schon mal nicht du wärst ein a6 komm mal den vergleichen wieder mal mit einem anderen a6 du bist wahrscheinlich der nächste a6 so was kostet der hier 23 880 das ist ein dlc okay dann tendiere ich doch stark zu dem hier geile füge müssen einfach ich bin ja hier liegen okay die nächsten lückfarbe schwarz orange wie sind orange bei jungs war schwarz auch und auch ja 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 Amen. Bis der auf Touren ist, braucht er ja Jahrzehnte. Äh, ja, Moment. M, mal ganz kurz hier. Wer schickt mir was? Hallo. Ja, mein Fahrzeug möchte aufgerüstet werden. Ja, stimmt. So. Nein! Ja, nein. Vielleicht kommt er ja schneller auf Touren jetzt. Ja, das ist gut. So, wir werden es auf jeden Fall gleich herausfinden. Ja.